Ich bin André Kolt-Erben und ich komme aus Stuttgart. Ich bin Künstler. Ich habe Levitation Arts gegründet. Es ist ein internationales Unternehmen, spezialisiert auf Bewegungskunst. Ich liebe die Kunst. Ich liebe die Bewegung. Ich liebe Musik. Alles geil. Einzigartigkeit. Dass man selbst ist, keine Maske anhat, sich nicht verstellt. Dass man einfach ehrlich, authentisch ist. Dass man sein Ding durchzieht. Dass man das macht. Worauf man Bock hat. Ich lege nicht so viel Wert auf gesellschaftliche Normen und Werte. Sondern ich lege Werte darauf, was mich glücklich macht. Oder Leute um mich herum. Ich will einfach nur Spaß haben im Leben. Und ich glaube, das ist wichtig. Und es macht mich auch so ein bisschen aus, weil ich alles nicht so ganz ernst nehme. Und mir nicht so viele Gedanken darüber mache, was andere von mir denken. Um seine Einzigartigkeit zu schützen, ist es wichtig, dass man sein Ding durchzieht und dahintersteht 100 Prozent. Einfach rocken. Wichtig ist die Ausstrahlung. Was ich gelernt habe, ist, man muss überzeugt sein von seinem Stuff, was man macht. Dann kann keiner einem was sagen. Weil wenn jetzt jemand kritisiert und sagt, deine Kunst ist nicht so schön oder das, was du machst, ist nicht so schön. Aber ich bin davon überzeugt, dann nimmt mich das nicht, was andere Menschen sagen. Mein Traum war immer, Ninja zu sein. Ich wollte immer Ninja sein. Und das will ich bis heute noch immer. Meine Inspiration nehme ich aus meinen Träumen und aus meiner Fantasie. Also meine Fantasie, die ist schon immer sehr blühhaft, kann man das so sagen. Wenn ich Musik höre, entstehen Bilder in meinem Kopf und Gefühle. Und diese versuche ich dann in meiner Kunst auszudrücken. Leute sollen ihr Ding durchziehen. Wenn man auf etwas Bock hat, dann ziehe es durch. Ich habe keine Zweifel daran. Und sei immer du selbst. Was. Das war ich. Als ich mich. Wohin. Das war es. Das war es.